Herzlich Willkommen, Hello Soulmate Community! Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist. In diesem Podcast teile ich alles mit euch, meine Gedanken im Alltag, wenn ich plötzlich eine Blitzerkenntnis bekomme und etwas richtig Cooles manifestiert habe oder einfach generell mein Wissen und Erfahrung im Bereich manifestieren. Ich danke allen von ganzem Herzen, die meinen Podcast hören und etwas lernen wollen. Ich mache Content auf Deutsch und Englisch und möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, weil ich extrem krasse Sachen erfahren habe. Also mein Leben war richtig heftig und ich bin jetzt nicht extrem alt, dass ich sage, boah, ich habe fast mein ganzes Leben oder fast die Hälfte durchlebt, sondern ich bin wirklich zu so einem Punkt gekommen, wo so viele Sachen hintereinander passiert sind. Und für mich ist meine Motivation einfach, die Menschen zu helfen, mit Leuten zu connecten und einfach über alles zu reden. Also ich habe das jetzt mehrfach gesagt und sage jetzt auch nochmal, ich möchte einfach, dass wir wirklich so wie echte Freunde sind. Und ich rede wirklich nur über die Wahrheit. Ich bin ein Freund von harter Wahrheit. Wenn du die Wahrheit nicht hören willst und möchte, dass ich dir nur tolle Dinge erzähle, dann bist du hier falsch, weil für mich ist Wahrheit so, so wichtig. Wenn du neugierig bist und immer noch nicht weißt, wer über die Visionärin redet, dann bleib einfach dran. Und heute geht es um das Thema, hör auf, dir Sorgen zu machen, was andere Menschen denken. Jeder Mensch beschäftigt sich einfach mit seinen Gedanken. Es ist natürlich, dass wir uns Gedanken machen, generell. Aber es ist eigentlich nicht dein Business. Es ist nicht dein Business, dir Sorgen zu machen, was andere denken. Vielleicht haben sie keine gute Laune oder sie sind nicht gut aufgewacht, hatten nicht mal Frühstück. Und du brauchst nicht, dir Sorgen zu machen oder generell an deine Energie zu verschwenden, an solche negative Menschen. Es wird immer Menschen geben, denen irgendwas nicht gefällt und die ständig nur sich beschweren. Egal, egal, wie geil du bist, egal, welche Performance du lieferst, egal, ob sie auf der Arbeit ist, zu Hause, sonst wo. Es wird immer Menschen geben, selbst unsere Familie. Die werden immer irgendwie entweder ein Blutenspruch oder egal was. Also es geht darum, dass es dein Leben ist. Und du kannst so sein, wie du willst. Und gib nicht deine Energie an diese Negativität ab. Und es ist wirklich so krass, dass es, wenn die Leute dich quasi kritisieren, es ist literally ein Kompliment, wenn dir jemand anders seine Energie gibt und an dich denkt, quasi dir einen bösen Kommentar schreibt oder was auch immer. Aber dir muss eins klar sein, dass sie kontrollieren nicht dein Leben. Und sie kennen dich gar nicht gut und sie wissen nicht eigentlich, wer du bist. Und sie waren auch nicht in deinem Haus, dass sie literally hundertprozentig richtig kennen. Und sie hatten auch keine Erfahrung mit dir. Deswegen, ich meine, generell, auch so sollte es dir egal sein. Jedes Mal, wenn du dir Gedanken machst, was die anderen Menschen denken, dann erinnere dich an diesen Spruch, wenn du nicht da bist, mir zu helfen und nur mich beurteilst, dann gehörst du nicht in mein Leben. Solche Menschen gehören einfach nicht in dein Leben. Punkt. Du brauchst dir auch keine Gedanken, um diese Menschen zu machen, weil sie bzw. ihre Gedanken haben dich nicht gemacht. Sie und ihre Gedanken zahlen nicht deine Rechnung. Und ihre Gedanken machen dich nicht aus. Sie können dich nicht kaputt machen. Sie haben nichts mit dir zu tun. Das ist etwas, was du dir selber sagst und selber denkst. Also das, was du dir selber sagst in dem Moment oder generell, was du von dir denkst, das ist wichtig und das zählt viel mehr. Wenn du sagst, hey, ich bin geil, ich habe eine coole Ausstrahlung und ich mache was Tolles, dann du weißt, dass du meinst das wirklich mit deinem ganzen Herzen. Und warum sollen quasi Fremde quasi deine Energie rauben? Dadurch, dass du an die denkst, nur weil du denkst, sie haben recht oder dir das Angst macht. Es braucht dir keine Angst zu machen. Sie kennen sich selber nicht. Und die meisten Leute, die solche Kommentare abgeben, sie haben selber nicht im Leben viel erreicht und haben nichts zu tun, weil sonst würden sie keine Negativität da lassen. Du hast auch literally keine Zeit, um dich zu kümmern, weil du quasi dein Empire baust, Baby. Also du weißt schon, was ich meine. Du bist beschäftigt an dich. Du bist ein Millionär, eine Millionärin. Du beschäftigst dich gerade mit anderen Dingen, mit wichtigen Projekten, die gerade viel cooler sind, wie die Gedanken, was Person XY gesagt hat. Das ist meine Message für dich heute. In dieser Podcast-Folge, mach dir einfach keine Sorgen und hör auf, dir Sorgen zu machen, was andere Menschen denken. Lebe einfach dein Leben und hab Spaß und genieße es einfach. Das ist deine Aufgabe. Und wie immer, never forget, verbreite Positivität. Love vibes is everywhere, wenn du positiv bist und es auch so siehst. Ganz liebe Grüße, deine Visionärin.